Der Schadenmarkt ist in Bewegung, in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht. Wir zeigen euch mit der neuen Reihe WebTV Kompakt alle Möglichkeiten, die ihr habt, um euren Umsatz in den Werkstätten zu verbessern, um nicht auf die Fehler hereinzufallen und die Fallen, die euch die Versicherer stellen. Also schaltet ein, guckt es euch an, spannend. Los geht's am 11. April ab 17 Uhr. Dann sprechen wir mit Henning Hamann über die BGH-Entscheidungen aus Januar diesen Jahres und die Folgen für die Werkstätten. Zu sehen ist WebTV Kompakt wie immer auf der Facebook-Seite von Schaden News und im YouTube-Channel von Schaden Talk.